Der Wald ist der bedeutendste Klimaschützer der Welt. Mein Vater war Jäger und ich glaube, es war für mich schon immer klar, dass ich irgendwas machen wollte, das im Freien stattfindet. Und ich kann wirklich behaupten, meinen Traumjob gefunden zu haben. Mein Arbeitsplatz ist der Hübnerwald und er ist was ganz Besonderes und in seiner Struktur einzigartig. Das Schönste an meinem Beruf ist das Draußensein in der Natur, das unmittelbare Erleben der Jahreszeiten mit all seinen Herausforderungen. Aktuell ist die Gemeinschaft und der Zusammenhalt der 240 Waldbesitzer, der Hübner, wichtiger denn je, denn es geht um nichts weniger als um das Überleben unseres Waldes. Wir, die Hübner, helfen dem Wald durch künstliche Verjüngung. Das bedeutet, dass neue Bäume gepflanzt oder gesät werden. Wir nehmen den Pflanzspaten in die Hand und nach genauer Anleitung werden die jungen Pflänzchen auf den jeweiligen Flächen in den Boden gebracht. Waldumbau bedeutet, dass Rheinbestände durch das Einbringen neuer Baumarten vielfältiger gemacht werden. Das wiederum erhöht die Widerstandsfähigkeit unseres Waldes. Wir müssen unseren Wald fit machen, damit auch zukünftige Generationen durch einen Wald spazieren können, der dieses Prädikat verdient. Dass dies gelingen wird, daran glaube ich ganz fest. Ich bin Frank Wienand und ich bin seit 30 Jahren FASTA im Hübnerwald in Stockstadt, dem größten Privatmal im Bayerischen Untermain. Das heißt, ich bin Frank Wienand und ich bin championships auf